Hier einige Tipps zum Gebrauch Ihres Mini-Luftbefeuchters LB12 von Beurer. Beachten Sie Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise. Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine kippsichere und gegen Feuchtigkeit unempfindliche Fläche. Vermeiden Sie die Nähe zu elektrischen Geräten. Überprüfen Sie, ob das Oberteil fest auf dem Unterteil sitzt. Ziehen Sie den Nebelauslass nach oben, bis er spürbar einrastet. Befüllen Sie eine handelsübliche 0,5 Liter Kunststoffflasche aus stabilem Material mit Leitungswasser. Die Kunststoffflasche darf keinesfalls eingedrückt sein. Schrauben Sie den passenden der zwei unterschiedlichen Flaschenadapter fest auf die befüllte Flasche. Drehen Sie die Flasche um und stecken Sie sie in das Oberteil des Luftbefeuchters. Drücken Sie keinesfalls die Kunststoffflasche zusammen. Das Unterteil befüllt sich automatisch mit Wasser. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromquelle. Um den Luftbefeuchter einzuschalten, drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn. Nachdem das gesamte Wasser vernebelt wurde, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Entleeren Sie das Gerät, bevor Sie es an einem anderen Ort aufstellen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Mini-Luftbefeuchter LB12 von Bolra. Bleiben Sie gesund! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!